Wenn du die Materialien entpackst und auf den Desktop ablegst, so findest du in diesem Ordner zwei PowerPoint-Präsentationen. Wir brauchen im Moment die untere Fototheorie Vier Augen. In dieser Lerneinheit möchte ich dir zeigen, wie du dich mit Links durch die PowerPoint-Präsentation hindurch bewegen kannst. Es gibt ja Themen, die sind nicht so linear aufgebaut. In diesem Beispiel gehe ich von einer Bildbetrachtungsmethode eines Schweizer Fotografen aus. Hier unten wäre dann auch noch die Adresse zu seiner Website. Seine Idee ist, dass es vier verschiedene Arten gibt, ein Bild zu beurteilen. Und entsprechend nennt er das Formauge, Erzählauge, Ichauge und Gefühlsauge. Anstatt jetzt einfach linear durch diese Augen hindurch zu gehen, möchte ich von dieser Folie ausschwärmen und in die verschiedenen Beispiele hineingehen können und von dort dann aber auch wieder zu dieser Ausgangsfolie zurückkehren. Übrigens gibt es bessere Tools für diese Art der Präsentation. Prezi zum Beispiel finde ich großartig, weil das eigentlich wie eine riesige Leinwand ist, in die man beliebig rein- oder auch wieder rauszoomen kann. Nun, dieses Formauge, du siehst, es ist eigentlich ein Bild, ursprünglich ein quadratisches Bild, aber ich habe mit transparente Farbe diesen weißen Hintergrund entfernt und so sieht es nun aus wie ein Kreis. Dieses Bild soll nun ein Link sein. Es kann also sowohl ein Text wie hier unten als auch ein Bild zu einem Link gemacht werden. Ich wähle es aus und gehe da auf Einfügen, Link und da habe ich verschiedene Optionen. Naheliegenderweise ist ein Link meist eine Verknüpfung zu einer Webseite oder zu einer Datei. In diesem Fall möchte ich aber einen Link in dem aktuellen Dokument machen. Und zwar möchte ich von hier auf die Folie 3 springen, wo das erste Beispiel für das Formauge zu sehen ist. Folie 3. Okay, da bekomme ich noch einen Tipp. Ich hoffe, der kommt nicht immer. Und wenn ich jetzt mal einen Test mache, so tippe ich darauf und sogleich bin ich auf dieser Folie. Das mache ich nun auch noch für die anderen drei Augen. Das Erzählauge, das soll also zu Folie 7 springen. Ich wähle es aus und wiederum über Einfügen, Link oder Steuerung K. Machen wir gleich so. Wähle ich die Folie 7 aus. Dann das Ich-Auge, wiederum mit Steuerung K. Dieser Link führt zu Folie 9. Und das Gefühlsauge erneut, Steuerung K, führt zu Folie 5. Probieren wir wiederum aus. Diesmal mit dem Erzählauge. Ja, es klappt. Nun haben wir aber das Problem, dass wenn ich dann auf dieser Folie angekommen bin, sollte ich ja auch wieder zurückkommen. Du siehst, auf jeder Folie hat es unten wieder das entsprechende Bild. Das wähle ich aus und füge erneut einen Link ein. Im Prinzip könnte ich jetzt auch einen Link zur ersten Folie machen. Nur in diesem Fall ist es weniger günstig, weil meine erste Folie ja die Titelfolie ist und ich müsste eigentlich zur zweiten gehen. Es bleibt mir in diesem Fall also nichts anderes übrig, als Folie 2 auszuwählen. Und das muss ich jetzt natürlich für alle weiteren Folien machen. So, ich bin nun soweit. Von jeder Folie habe ich den Link zurück zur Ausgangsfolie und ich mache gleich nochmals einen Test. Diesmal tippe ich aufs Ich-Auge, kann hier wieder zurück, komme zum Gefühlsauge, auch hier wieder zurück. Du siehst, es funktioniert von jeder Folie aus perfekt. Ich kann also jederzeit ausschwärmen und wenn ich vielleicht nicht fertig werde, in einer Stunde, so kann ich beim nächsten Mal einfach wieder von dieser Ausgangsfolie ausgehen und in den nächsten Bereich eintreten. Nun ist es ja vielleicht auch so, dass du zu einem Fotografen oder einem Thema noch mehr in die Tiefe gehen möchtest. Und in diesem Fall möchte ich jetzt durch einen Klick auf dieses Bild hier zu einer anderen PowerPoint-Präsentation kommen. Ich wähle das Bild also aus, mache wiederum einen Link und wähle diesmal Datei oder Website. Mein Ordner auf dem Desktop ist immer noch ausgewählt und sonst müsste ich ihn hier suchen. Und da wähle ich jetzt diese Präsentation Plusfeld. auch hier wieder mache ich den Test. Ich tippe darauf und wenn ich jetzt aufs Bild klicke, so geht automatisch diese Datei auf. Falls es bei dir nicht klappt, beim ersten Mal kann es sein, dass du eine Warnung erhältst. Anschließend ist diese Verknüpfung aber eingestellt und es geht definitiv schneller. Ich kann mich also in dieser Datei nun herumbewegen. Mit Escape komme ich wieder zur ursprünglichen Präsentation zurück. Erneut Escape und ich bin wieder im Bearbeitungsmodus. Ein solcher Link zu einer externen Datei funktioniert natürlich nur, wenn diese Datei immer am selben Speicherort bleibt. Wenn du also diese Datei hier auf einen Stick kopierst, so muss die zweite Präsentation ebenfalls relativ dazu auf der gleichen Ebene auf dem Stick liegen. Sonst erhältst du eine Warnung. Dann haben wir hier unten auf der zentralen Folie eine Webadresse. Auch daraus kann man einen Link machen. Ich kopiere diesen Text mit STRG C und füge hier unten die Adresse ein. Auch hier wieder der Test. Ich klicke darauf und der Browser öffnet die entsprechende Seite. Zusammenfassend also nochmals, Links erlauben dir, dich innerhalb von einer Datei zu bewegen, aber auch eine andere Datei direkt aus der Präsentation aufzurufen und ebenso kannst du eine Webseite aufrufen. Links können sowohl Texte als auch Bilder sein. Nun, in diesem Fall ist es nur ein Beispiel und entsprechend ist der Inhalt relativ dürftig, aber diese Geschichte mit den Links brauchst du ja vor allem auch bei sehr, sehr umfangreichen Dateien, die dich vielleicht über mehrere Stunden dann auch beschäftigen. Und in diesem Fall würde diese ganze Miniaturreihe schon sehr unübersichtlich. Da lohnt es sich, die Datei mit sogenannten Abschnitten zu gliedern. Ich mache mal hier den ersten mit einem Rechtsklick Abschnitt hinzufügen und diesen Abschnitt kann ich auch noch umbenennen. Einleitung. Dann ab hier soll ein weiterer Abschnitt eingefügt werden. Dieser Abschnitt heißt Formauge. Ja, und diese Abschnitte, die kann ich alle nun einklappen und habe so jederzeit die Übersicht. Ich kann einzelne Abschnitte oder Folien innerhalb eines Abschnittes noch hinzufügen, ändern, die Reihenfolge anpassen und so weiter und sehe immer gerade, wo ich mich befinde. Falls nun eine Folie darin ist, die im Moment nicht gebraucht wird oder du diesem Publikum nicht zumuten möchtest, weil es vielleicht nicht gerade altersgemäß ist, so kannst du mit einem Rechtsklick die Folie ausblenden. Sie wird dann so verblasst und die Zahl durchgestrichen. Testen wir gleich. Wenn ich hier weiterschalte, so komme ich direkt zur letzten. Die Folie ist also immer noch drin, aber sie wird im Moment in der Präsentation übersprungen.